so ich habe jetzt meine sechs zentimeter eins rechts eins links gearbeitet licht auch angemacht und jetzt geht es darum dass wir das hier miteinander verbinden müssen die erste masche ist immer richtig richtig doof aber haben wir schon geschafft so das war nun masche nummer eins und bitte im muster quatsch nee nicht im muster blödsinn was erzähle ich denn da für ein scheiß nicht im muster das ist ihr müsst hier die linie behalten immer jetzt rechts rechts abstrecken die ganze sache hier und dann rechts verschränkt so und wieder die nächste masche geschnappt hier muss es eine linie bleiben und das ist nämlich die schwierigkeit wo ist da muss selbst ich suchen wie ihr merkt da ist der maschenmarkierer gewesen dann muss es irgendwo noch hier sein dann miteinander verbinden aber ihr wisst jetzt wie es meine da muss ich jetzt nichts mehr großartig zu sagen ich denke mal wir sehen uns dann wieder wenn ich das hier fertig gemacht habe weil das dauert natürlich und ja wir dann die ganze seite hier miteinander die naht schließen genau mein gott mir fehlen mir die worte also ihr wisst bescheid dass hier miteinander masche für masche wie es euch eben gerade gezeigt habe miteinander verbinden und direkt abnehmen auch die maschen das habe ich euch ja gerade gezeigt alles klar so dann bis zur naht schließung dann bis zur naht sale Vielen Dank.